Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 39.300 US-Dollar. Wenig Änderung im Gegensatz zu gestern. Wir hatten heute Nacht nochmal einen kleinen Peak nach oben bis auf ungefähr 40.300 US-Dollar. Ich habe euch ja gestern noch ein kleines Short-Setup reingepostet in die Telegram-Gruppe, war dann auch aktiv, habe dann auch Profite genommen. Mittlerweile bin ich ausgestoppt worden, aber Stop-Loss-Entry, alles in Ordnung. Ich hoffe, bei euch auch allen. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 39.300 US-Dollar. Volumen jetzt am Wochenende nimmt langsam ab. Sieh mir Futures, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wo das Gap ist. Ronny wird es bestimmt später noch in die Telegram-Gruppe posten. Bevor wir jetzt starten, lasst dem Video auf jeden Fall einen Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Deswegen, wir starten jetzt sofort durch. Wir haben jetzt auch hier noch den 200er SMA rumliegen, also diese lila Linie, die kennt ihr aus meinen Videos, plus den Monats-Pivot. Wir haben es bisher noch nicht wirklich drüber geschafft. Wir konsolidieren aber darunter momentan. Ist erstmal als Bullish zu werten, Konsolidierung unter Widerstand und irgendwann dann das Breakout. Problematisch momentan. Wir haben das Wochenende vor uns. Heißt, wir haben jetzt da erstmal weniger Liquidität. Es bildet sich ein 7-IGIP. So, was ist jetzt wichtig? Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons halten wir momentan als Support. Wir haben unter uns, hier seht ihr es noch ganz gut, die 2- und 3-Stunden-Demand-Zone. Das heißt, wir hätten erstmal Support bis ungefähr 37.800 US-Dollar. Danach wird es ehrlich gesagt dünn. Danach könnten wir erst einmal nochmal ein Retest sehen. Hier in diesem Bereich von ungefähr 37.000 US-Dollar unseres ehemaligen Falling Broadening Wedge. Oder worst case momentan 35.700 US-Dollar. Einfach um dieses Void hier wieder aufzufüllen, diesen krassen Pump. Wobei das auch hier mit diesem Russland-Dump wieder zu tun hat, dass wir da wenig Liquidität hatten. Deswegen auch der krasse Pump. Aber bereitet euch mal darauf vor, dass die Möglichkeit immer noch besteht, in den Bereich von 35.800 US-Dollar zu gehen, um da nachhaltig hier über diesen Monat-Pivot drüber zu gehen. Ansonsten können wir uns mal ganz kurz die kleineren Timeframes angucken. Auf dem 1-Stunden-Chart bekommen wir langsam eine Bearish Divergence rein. Also man sieht es hier drüben. Wir hatten hier ein höheres Hoch erstmal. Das haben wir jetzt rausgenommen mit der letzten Candle hier drüben. Haben aber auch ein tieferes Tief im RSI. Heißt, wir haben jetzt erstmal eine Bearish Divergence. Spricht erstmal kurzfristig zumindest für eine kleine Trendwende, dass wir zumindest erstmal tiefere Kurse sehen könnten. Einfach um nochmal ein bisschen den Markt zu resetten. Über das Wochenende passiert generell sowieso wenig. Heißt, wir könnten kurz runtergehen, nochmal neue Liquidität. Dieses Void hier vielleicht drüben füllen. Oder nochmal in den Bereich von 36.000 US-Dollar gehen. Um dann am Montag mit einem CME-Gap über uns erstmal in die Woche zu starten. Was dann erstmal bullisch wäre. Ansonsten, Volumen sowieso jetzt wieder deutlich abnehmend. Wir schauen uns jetzt mal noch den Daily-Chart an. Weil da ist es momentan viel, viel interessanter, meines Erachtens nach. Weil wir einfach weiterhin unseren Doppel-Button-Pattern bilden. Wovon wir eigentlich schon seit Wochen sprechen. Seit wir hier oben waren, das nochmal eine Korrektur kommen kann. Wie wir unseren Doppel-Button-Pattern bilden könnten. Die Candle hier drüben sieht wirklich nice aus. Um es mal ganz ehrlich zu sagen. Wir hatten diesen Wig hier runter bis auf ungefähr 34.000 US-Dollar. Und die wurde so rasch aufgekauft mit der Daily-Candle. Also die sieht wirklich gut aus. Wir versuchen jetzt auch hier. Wir haben zumindest das letzte Hoch hier erstmal rausgenommen. Die Candles sehen auch ganz gut aus. Volumen kam rein. Wo wir hier unten reingedippt sind in diese 8 Stunden Demand. Einfach um diesen Schatten hier auch nochmal einigermaßen aufzufüllen. Klar, ganz aufgefüllt haben wir den nicht. Der wäre bis 33.000 US-Dollar gehen. Heißt, die Möglichkeit besteht immer noch, dass wir den früher oder später irgendwann mal auffüllen könnten. Momentan macht es aber nicht den Anschein. Wichtig auf dem Daily-Chart, die EMA-Ribbons müssen wir nachhaltig durchbrechen. Ihr seht es auch hier. Die momentane Daily-Candle sieht überhaupt nicht gut aus. Wir haben aber auch noch einen Haufen Stunden vor uns. Heißt, momentan nicht so dramatisch. Wichtiger ist erstmal Bearish Divergence auf den kleineren Time-Rips, auf dem 1-Stunden-Chart. Korrektur, beziehungsweise kleiner Rücksetzer möglich. Korrektur würde ich dazu jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Es wäre einfach ein gesünderer Rücksetzer, einfach um neue Liquidität zu holen. Und dann nachhaltig über diesen Monats-Pivot zu kommen. Und wichtig, 42.000 US-Dollar auf jeden Fall im Kopf behalten. Bis hierhin gehen momentan die Daily-EMA-Ribbons. Das wird entscheidend sein, ob wir hier dann nachhaltig drüber kommen. Vielleicht auch nochmal eine Bestätigung sehen. Und dann wirklich die 46k in Anspruch nehmen, beziehungsweise in Angriff nehmen. Weil hier auch dann die Neckline unseres Doppel-Button-Patterns wäre. Schauen wir uns die Daily-Closes an. Wäre eigentlich hier perfekte Neckline momentan. Man sieht es hier drüben. Ungefähr 44.000 US-Dollar. Und bis dahin geht auch ungefähr unsere Daily-Closes. Also ein Daily-Close über 44.000 US-Dollar wäre nachhaltig bullish, um diesen doppelten Boden erst einmal zu bilden. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Volumen muss dann auf jeden Fall in der nächsten Woche reinkommen. Weil diese Bewegungen, ihr kennt, ist nicht wirklich gut. Wenn wir hier überhaupt kein Volumen mehr reinkriegen für einen doppelten Boden. Ansonsten schauen wir uns jetzt nochmal ein, zwei Alt-Cons an. Ethereum auf dem Daily-Chart. Gleiches Spiel. Doppelter Boden. Gute bullische Candle. Wobei hier der Grüne doch noch ein bisschen, beziehungsweise der Kerzenkörper noch ein bisschen bullischer hätte sein können. Ansonsten doppelter Boden. Golden Pocket hat gehalten, auch wenn wir einen Daily-Wig da drunter hatten. Ansonsten sieht es auch gut aus. Wir gehen jetzt nochmal in die kleineren Timetrips, um uns das nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Ethereum. Wir haben hier auf jeden Fall geschafft, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons nach oben hin zu durchbrechen. Die könnten jetzt auch langsam wieder bullish flippen. Volumen hält sich hier sogar noch ganz gut. Momentan im Gegensatz zu Bitcoin. Bitcoin deutlich abnehmendes Volumen. Bei Ethereum nimmt es zwar ab auf dem 4-Stunden-Candles, aber die Wigs nach oben waren relativ gut. Wir haben auch hier die erste Widerstandszone rausgenommen. Wurden jetzt aber rejected am 200er EMA. Wir haben den Monats-Pivot noch über uns und eine etwas größere Supply-Zone. Heißt, wir konsolidieren es am 200er SMA. Momentan werde ich auch hier erstmal für einen kleineren Rücksitz. Das hat damit zu tun, der RSI ist auf dem 4-Stunden-Chart mittlerweile bei über 60. Wir haben den 200er SMA und den 200er EMA. Ihr kennt die Widerstände, es sind relativ große Widerstände auf dem 4-Stunden-Chart vor allen Dingen. Short-Setup, normalerweise 4% vom 200er SMA hätten wir sogar schon getroffen. Also da wäre da jetzt short gegangen, wäre momentan auf jeden Fall noch in einem Trade drinnen. Möglich auf jeden Fall, dass wir hier nochmal diesen Bereich um 2600 US-Dollar sehen. Einfach um nochmal einen kleinen Rücksetzer zu sehen, RSI zu korrigieren und dann mit neuem Schwung nach oben hin durchzustarten. Wichtig ist auch hier vielleicht nicht dieses Low bzw. nicht das Golden Pocket noch einmal zu durchbrechen. Umso schwächer wird die Zone, umso öfter wir diese Zone antesten, desto schwächer wird diese Zone einfach. Gut, dann noch ganz kurz Luna, nachdem Luna ja extrem pumpt, ohne Pause. Also ihr seht hier, wir hatten einen krassen Pump, seit wir hier unten nochmal in diese Zone reingedippt sind. Bei 50 US-Dollar, seitdem sind wir um über 50% gestiegen. Also Luna kennt keine Pause. Was hier wichtig ist, wir haben dieses Void hier drüben, was wir eigentlich schon des Öfteren hier drüben gedacht hätten, okay, jetzt brechen wir langsam durch, haben wir jetzt geschlossen. Das heißt, dieser Wig hier drüben ist gefüllt. Wir hätten noch einen kleineren, theoretisch haben wir wirklich noch Luft bis 84 US-Dollar. Aber es würde dem Kurs ganz ehrlich mal gut tun, zumindest mal ein bisschen nach unten hin zu korrigieren. Wichtige Zonen wären hier auf jeden Fall der Bereich um 67 US-Dollar. Worst Case momentan hier der Bereich um 54 US-Dollar. Da ist es noch nicht raus, das Problematische immer an solchen krassen Anstiegen ist, ihr kennt es, wir bilden einfach neue Voids, neue krassere Anstiege, die werden auch dann gut und gerne wieder nach unten hingefüllt. Deswegen momentan Vorsicht, Preisziel wäre auf jeden Fall hier noch möglich, dass wir den Bereich um 79 US-Dollar sehen. Wir sehen auf dem 4-Stunden-Chart noch kein bearishes Anzeichen. Wir haben noch keine Bearish-Divergence, gar nichts. Das heißt, der Kurs sieht eigentlich human gut aus. Problematisch, Volumen nimmt langsam ab. Gut, es ist Wochenende. Trotzdem einfach mal im Blick behalten, dass hier eine kleinere Korrektur auf jeden Fall möglich ist. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons liegen im Bereich der 64 US-Dollar. Also dieser Bereich um 66 bis 64 US-Dollar ist eine Möglichkeit, dann hier vielleicht einen möglichen neuen Long-Trade zu versuchen. Ansonsten hält diese Zone nicht, geht es hier nochmal tiefer in den Bereich zwischen 56 und 58 US-Dollar. Die werde ich auf jeden Fall mal im Blick behalten, auch weil der 200er SMA hier unten nochmal liegt, der noch nicht real getestet wurde auf dem 4-Stunden-Chart. Das wären dann für mich neue Long-Entries. Ansonsten würde ich sagen, News gibt es momentan nichts. Tron-Prognose ist noch online bei CryptoGuru. Ansonsten habe ich überlegt, heute einen kleinen Livestream heute Abend nochmal zu machen. Werde ich euch dann alles noch in die Gruppe schicken, sollte es passen. Also normalerweise sollte es klar gehen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, entspannten Tag. Wir hören uns dann entweder heute Abend wieder oder auch spätestens morgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen entspannten Tag. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto. Wir like das Video an, hier bin ich auch ihr mit unserenح상ungs fixing. Also wir sehen unsgs binge luôn, dass ich dich als réflex 움erem�ter. Wir sehen uns immer wieder.